Verstehe. Hör mal, David, kannst du mir sagen, wo ich den Keller der Bibliothek finde? Was wollen sie denn im Keller? Ein paar Sachen erledigen. Die Treppe runter, die zweite Tür rechts, dann wieder links und dann den Gang entlang. Vielen Dank, alleine hätte ich das nicht gefunden. Jetzt weiß ich, wohin die Treppe verlief. Verflixt, er klemmt. Mit bloßen Händen bekomme ich ihn nicht auf. Ja, so müsste es klappen. Mrs. Leeroy verlässt ihren Platz. Nun mal sehen, hier ist die Kundenkartei. Marlorth, Mennish, McKinsey. Aha, da ist es. Mit dir, 3, 4, 3, 5, Rangers Field. Denk mir, habe ich kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Stobbert, George Stobbert. Ich bin mit Mr. McLaugh verabredet. Seltsam, davon hat er mir nichts gesagt. Außerdem hat er gerade den Zug. Es ist aber sehr wichtig. Okay, kommen Sie herein. Ich führe Sie zu ihm. Vielen Dank. Das Zimmer von Mr. McLaugh ist am Ende des Ganges. Er wohnt in Indien? Ich danke Ihnen vielmals. Ohne das Ding gehören, haben wir keine Chance. Das würde zu einem Problem werden. Und du meinst, dass dieser Amerikaner etwas weiß? Na, Türen. Er steckt seine Nase überall hinein. Wenn du recht hast, bekommst du die nötigen Informationen über den Ort. Wie wollen wir ihn schnappen, Jimmy? Ich habe zwei kleine besten Männer auf ihn angesetzt, die bieten ordentlich die Eintracht. Ich kann ihn zwar wissen, dass er den Tod nicht raussteht. Aber wir haben ausgemacht, dass er ihm nichts tut. Wir wollten nur wissen, was er hat. Ja, ich habe das für unsere Einbau. Ich fahre schon auf die Palette. Wo ist sie? Am Ende des Ganges. George! André, du hinterhältiger Verräter! Es ist nicht so, wie du denkst. Sie wollen nur mal mit dir reden. Mr. Stobart, wir werden nachher mit Ihnen reden. Währenddessen können Sie sich mit Ihrem Zimmergenossen bekannt machen. Wenn Sie sich nicht schon kennen. Wer sind Sie? Sie scheinen überrascht, Mr. Stobart. Wie haben Sie? Sie sind nicht der Einzige, der trösten kann. Aber ich habe Sie doch tot im Abteil liegen sehen. Unmittelbar, bevor ich den Zug nach Leonard Byrne betreten habe, zog ich mir eine kugelsichere Weste an. Schließlich ahnte ich im Gegensatz zu Ihnen, was auf uns zukommen und welchen Personen wir dabei begegnen wollen. Meine Blutpatrone zur Vortäuschung meines eigenen Todes und Satan ihr übrig ist. Und wie sind Sie dann entkommen? Ach, das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Jimmy McGlaw? Mit wem habe ich das Vertrauen zu sprechen? Ich heiße Nicole Collard. Ich bin Reporterin beim französischen Fernsehsender Kanal 1. Wir haben uns gedacht, dass wir über sie ein großes Porträt mit anschließendem Interview machen. Schließlich sind sie einer der berühmtesten englischen Historiker. Das klingt fast dann verlockt. Doch die Wesen wurden einer Amtslater enthalten. Das wäre wirklich schade. Wir sind einer der erfolgreichsten Sender in Europa. Unsere Einschaltquoten sind hoch, was garantieren würde, dass unser Porträt über sie auch viele Zuschauer erreichen würde. Sie könnten der jüngeren sowie der älteren Generation von ihrer Sichtweise bewegende Augenblicke erzählen. Zumal sie beispielsweise als einer von wenigen Journalisten die Vorbereitung zur ersten Mondreise hautnah erleben durften. Sie waren während der Übungsphase im NASA-Komplex und haben den Astronauten Armstrong und wie sie noch so alle hießen über die Schulter geschaut. Es wäre wirklich traurig, wenn sie diese Eindrücke der Öffentlichkeit vorenthalten würden. Ich muss sagen, dass sie wirklich gut recherchiert haben. Danke. Das klingt jetzt sehr nach Überfall. Doch wie wäre es, wenn wir die Aufnahmen zum Porträt und dem anschließenden Interview schon heute machen würden? Schon heute? Vom Fernseh sind wohl von der ganz schnellen Sorte. Natürlich. Das zeichnet uns eben aus. Also nun, ich erbitte, den Film in meinem Haus anzutreffen. Aus den Sicherheitsgründen darf ich meine genaue Adresse nicht am Telefon nennen. Sie finden meine Sekretärin im Geschichtsmuseum Sturk. Sie leitet eine Führung für Schulter. Sie kennen den Telefonkontakt, damit Sie wissen, was kommt. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich diese Umstände bereiten muss. Doch es geht nicht anders. In der Vergangenheit wurden einige Attentate auf mich verflügt. Es scheint wohl so, als hätte ich nicht nur Freunde. Ich werde bis 14 Uhr auf Sie warten. Das ist in etwa 20 Minuten. Da ich noch nicht eingetroffen bin, sehen wir unsere Angelegenheiten, die wir wohl für etwa drei Wochen verschieben müssen. Da ich in dieser Zeit auf einer nicht geschätztweise bin. Hier spricht die Polizei von Jörg. Aufgrund von einem sicherernden Paradiesstrahl in diesem Gelände für die Stadtverzeihung in der Unterseihung. Es gibt gerade keinen mehr zu beraten. Außer dem Personal ist es bis zum Ende der 155 Minuten über 40 Minuten lieber den Gestalt, den Komplett zu beraten. Mein Kollege wird Ihnen jetzt eine Erratenweisung geben. Vielen Dank für Ihre Verständnis. Mist, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss in 20 Minuten bei Mr. McGlaw sein. Dieser Eingang ist ausschließlich für das Personal gedacht. Dieser Eingang ist ausschließlich für das Personal gedacht. Ein Moment bitte. Nur Angestellte dürfen den Komplex verlassen. Sehe ich nicht aus wie eine Angestellte? Na ja, Mist, eigentlich weniger. Kann ich Ihren Personalausweis sehen? Sie wissen schon, Vorschrift. Da gibt es ein ganz kleines Problem. Mein Mann hat meine Tasche heute Morgen verlegt, so dass ich sie nicht finden konnte. Und nun bin ich ausweislos, sozusagen. Das tut mir ehrlich leid. Doch ohne Ausweis kann ich nichts für Sie tun. Okay, ich verstehe. Halt! Sie kommen hier nicht rein. Dieser Eingang ist ausschließlich für das Personal gedacht. Haben Sie einen Ausweis? Na ja, den habe ich drin in meiner Tasche vergessen. Kann ich ihn holen? Nein, Ma'am. Kapitel 3, Absatz 12 der Bundesstaatlichen Polizeiverordnung lautet Unbefugten ist bei einer polizeilichen Aktion das Betreten vorsätzlich verriegelter Absperrgebiete nicht gestattet. Könnten Sie meine Tasche dann aus dem Zimmer holen? Eigentlich nicht. Doch eine Ausnahme ist mir laut Verordnung nicht grundsätzlich verboten. Also, wie sieht sie aus? Ähm, nun ja, sie hat kleine Herzen auf der linken Seite. Darauf ist der Spruch, I love you too.